Ist es möglich, alle Teile des Starterset Vertical in einer Gravitracksbahn zu verbauen? Das habe ich probiert und um mich selbst zu motivieren, habe ich mir vorgenommen, für jedes übrig gebliebene Teil 20 Cent unter den Kommentaren zu verlosen. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran. Hier seht ihr nochmal alles, was im Starterset Pro enthalten ist. Insgesamt sind es über 150 verschiedene Bauteile. Hier seht ihr jetzt also mein Ergebnis. Untertitelung des ZDF, 2020 Beim Bauen gab es natürlich einige Schwierigkeiten. Am leichtesten zu verbauen waren die Höhensteine, denn wenn überhaupt welche übrig bleiben sollten, kann man sie einfach irgendwo drunter setzen. Auch Kurvensteine waren kein Problem, die meisten habe ich einfach auf eine schräge, transparente Ebene gebaut. Da es im Starterset mehr grüne Einsätze als überhaupt Basissteine gibt, konnte ich da leider nicht alle verbauen. Das hier sind also alle Teile, die übrig geblieben sind, da ich es nicht mehr geschafft habe, sie einzubauen. Da es genau 8 Teile sind, macht es dann 1,60 Euro. Diese 1,60 Euro werden also unter allen Kommentaren verlost. Teilnehmen könnt ihr bis zum 17.11. Vielen Dank fürs Zuschauen und falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ciao!